5 Tage sind nicht lang und dann versucht man es allen gerecht zu machen und wünscht sich einen Terminkalender zu besitzen. Naja, ich spart hier drinnen, da in der Mütze. Ich habe gar nichts gemacht. Ja, die ruhen mich immer aus. Wahnsinn, wie man so vom Flachland kommt. Obwohl Usedom hier auch nicht wirklich so, 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 so flach ist. Aber es ist flägerant als hier. Oh mein Gott, durfte ich überhaupt hier lang? Viele Fachwerkhäuschen. Das ist Hessen. Meine Heimat. Ja, jetzt sind wir auf dem sozusagen Wilhelmsberg. Und wie heißt der Turm auf diesem Berg? Auf dem Wilhelmsberg? Der Wilhelmsberg. Super, gell? Wir sind halt sehr erfinderisch in Hessen. Da sieht man da den nächsten Berg und auch eine Frau, die da lang läuft. Wir haben ja auch alte Menschen. Glückliche alte Menschen vor allen Dingen. Und ganz viel Laub. Es ist nämlich schließlich Hauskurve. Musik 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 Du willst jetzt dokumentieren. Ich dokumentiere mal, was du alles hast. Was ist das denn? Oh, die habe ich früher gesammelt. Lippen. Lippen. Du bist auch so jemand, der das dann überrot nochmal... Quatsch, wie kommst denn da drauf? Karneval! Sieht aus wie so ein Mini. Tildung. Ja. Für Kinder. Neue Kinder. Wie dieselbe Ausflüge. Das ist eine ganz kleine Frage. Hallo, ich bin jetzt bei Selke zu Hause. Und ich möchte mal erklären, was gute Freunde sind. Gute Freunde geben auch das letzte Restchen, was sie haben. Von Agnus B. Agnus. Agnus. Das ist aber ein E. Agnus. Agnus. Mit so einem Apostol. Agnus. Agnus. Hat mir dieses wunderschöne Testchen Violett geschenkt. Mit den Worten, kannst den Rest haben. Und das nehme ich mir jetzt auch. Danke. Knochen. Bitte sch crypto. Die Linse beschlägt, heute ist Montag, das ist das beste Geräusch für diesen Trip. Von einem zum anderen muss ich wandern und das ist der Katrin Frust. Die Termine sind ja dann schon schön, wenn ich mich dann da treffe und dass wir was machen zusammen. Hast du schon da drauf gedrückt auf den? Ehrlich? Jetzt ehrlich? Jetzt echt, ey. Momentan. Avira, Avira! Was mache ich jetzt? Einfach zumachen. Ich war gestern bei einem Laptop, der wackelt immer, musste ich hinten draufkloppen. Das ist normal so. Untertitelung des ZDF, 2020